Zugeschaltet ist jetzt der Kriminalpsychologe Mark T. Hofmann. Schönen guten Tag, Herr Hofmann. Guten Tag, Kriminalanalyst und Organisationspsychologe. Also nicht ganz Kriminalpsychologe, aber die Richtung ist dieselbe. Verzeihung, das wollen wir dann gleich nochmal korrigieren. Herr Hofmann, wie groß ist denn jetzt tatsächlich der öffentliche Druck auf die Ermittlungsbehörden, diesen Fall endlich aufzuklären? 13 Jahre schwelt das Ganze ja jetzt schon. Der Druck ist natürlich extrem groß. Man muss aber gleichzeitig sagen, dass langsame Polizeiarbeit gute Polizeiarbeit ist. Oft wird die Polizei oder die Ermittler dafür kritisiert, dass sie lange brauchen. Eine gute Ermittlung dauert immer lange. Skeptisch sollte man eher werden, wenn es schnell geht. Das unterscheidet ja gerade Deutschland von anderen Ländern wie Nordkorea. Da reicht ein Anfangsverdacht und dann gibt es kein Verfahren und der Fall ist beendet. Und in diesem Fall so plausibel die Indizien auch sind. Und auch wenn man als vernünftig und analytisch denkender Mensch einfach eins und eins zusammenzählt und sagt, das sieht schon sehr, sehr verdächtig aus und das ist einfach eine sehr, sehr plausible Erklärung. Man muss sagen, seine Neigungen passen exakt zu dieser Tat. Er war zur tatrelevanten Zeit dort. Auch er hat ähnliche Vorstrafen, Einbrüche in Hotel-Resort-Anlagen. All das passt schon sehr gut zu dem Vorgehen, was wir im Fall Maddie McCann gesehen haben. Außerdem hat er kurz nach der Tat sein Auto umgemeldet, möglicherweise um eine Straftat zu verschleiern. Das alles in Summe sind schon sehr, sehr starke Indizien. Aber um diese Indizien zu beweisen zu machen, braucht es eben doch Zeit. Denn Sie können sich vorstellen, aus Braunschweig oder aus Deutschland heraus eine Tat zu beweisen, die vor 13 Jahren in Portugal passiert ist, ist doch sehr schwierig. Man braucht dazu Leiche, Geständnis oder Zeugen. Und da Geständnis und Leiche bislang nicht vorliegen, hofft man ganz stark auf Hinweise aus der Bevölkerung. Ja, jedoch je länger das Ganze natürlich dauert, da kriegen die Zeugen auch Erinnerungslücken. Man kann die Spur nicht mehr richtig auswerten. Je länger es dauert, desto schwieriger wird es doch eigentlich auch, oder nicht? Ja. Absolut. Bei Entführung und auch Mord, die goldenen Stunden sind die ersten 48 Stunden. Wenn die Tat nicht innerhalb dieser Zeit aufgeklärt wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie überhaupt aufgeklärt wird, leider immer geringer. Es ist auch ungewöhnlich, dass nach so langer Zeit nochmal Bewegung in einen solchen Fall kommt. In dem Falle war es tatsächlich so, dass wahrscheinlich seine vielen anderen Straftaten, das hat ihn in den Fokus der Ermittler gerückt. Und dann forscht man weiter, findet viele weitere ähnliche Taten. Und jetzt kommt man vom Fall Maddie McCann auch zum Fall Inger, weil auch da das Vorgehen der Tat einfach sehr, sehr ähnlich ist. Aber trotzdem, dieser Fall war auf dem besten Wege ein Cold Case zu werden. Und deswegen ist es doch erfreulich, dass nochmal Bewegung in den Fall kommt. Auch wenn ziemlich sicher ist, dass Maddie McCann tot ist, wird es zumindest den Ermittlern einen Erfolg, der Gesamtgesellschaft etwas Beruhigung und vor allen Dingen den Eltern eine traurige, aber immerhin eine Gewissheit geben, ja. Ja, wie schwierig ist das denn für die Eltern, dass jetzt tatsächlich nach so langer Zeit doch nochmal Bewegung in den Fall ihres Kindes kommt, das allerdings dann alles auf den Tod hindeutet? Ja, ich kann mich da trotz aller Empathie, Menschenkenntnis und des Profilings nur schwer und ungern in die Situation der Eltern versetzen. Ich glaube, das ist, viele Leute von vermissten Kindern sagen, dass dieser Vermisstenstatus manchmal noch schwerer auszuhalten ist als der Tod. Denn wenn das eigene Kind gestorben ist, dann hat man eine traurige Gewissheit, aber man weiß, was passiert ist. Und wenn dann wenigstens auch ein Täter dafür verurteilt wird, hat man zumindest einen gewissen Grad an inneren Frieden oder Genugtuung. Wenn der Fall in dieser Schwebe ist und zwischenzeitlich waren die Eltern selbst auch tatverdächtig und diese ganze Situation ist natürlich noch viel belastender, möglicherweise viel belastender als die traurige Gewissheit zu haben, dass sie Opfer eines Tötungsdeliktes geworden ist, ja. Sprechen wir mal über den mutmaßlichen Täter. Auch da dürfte es ja einen gewissen Druck geben. Es gibt ja auch Fälle, in denen Kinderschänder bzw. Mörder im Nachhinein über ihre Entdeckung sogar froh waren, weil sie den Druck und das Wissen um ihr Verbrechen auch gar nicht mehr aushalten konnten, oder? Ja, in diesem Fall sehe ich das aber nicht. Es ist doch ein Serientäter, Besitz und Verbreitung von Kinderpornografie, wie Kindesmissbrauch, Exhibitionismus, Vergewaltigung einer 72-Jährigen, sexuelle Nötigung. Das Straftatenregister ist doch sehr, sehr lang. Und er hat nie Reue gezeigt. Im Gegenteil, immer wenn es darum ging, Verantwortung zu übernehmen, ist er in ein anderes Land geflüchtet oder hat sich auf seine schwere Kindheit berufen. Er ist Heimkind, abgebrochene Ausbildung etc. Und da will ich doch ganz klar betonen, dass das eines der schwächsten Argumente ist. Ja, die Mehrzahl der Kinderschänder und die Mehrzahl der Serientäter, Serienvergewaltiger und auch Serienmörder, hat Missbrauchserfahrungen in der Kindheit gehabt oder selbst eine schwere Kindheit gehabt. Aber andersrum, die Mehrzahl der Kinder, die eine schwere Kindheit haben, die Mehrzahl der Heimkinder, wird nicht Serientäter. Die Situation, als Erklärung heranzuziehen, ist sicherlich ein Baustein. Ja, es ist ein Faktor, der mit reinspielt. Aber letztlich liegt die Ursache doch auch in der Persönlichkeit. Kurt Lewin, der Psychologe, hat mal den schönen Satz gesagt, Verhalten gleich Person mal Situation. Und das gilt für Kriminalität gleichermaßen. Es ist doch eine schwache Ausrede, zu sagen, ich hatte eine schwere Kindheit und konnte nichts dafür. Von anderen tausend Heimkindern wird keiner Serientäter. Von daher will ich doch davor warnen, diese Argumentation, die auch Verteidiger dann gerne benutzen, emotional zu folgen. Nun gibt es Medienberichte, bei denen es heißt, der mutmaßliche Täter habe in einer Bar, gerade als ein Beitrag über Medi lief, mit einem Bekannten, dann eben diese Tat zugegeben. Wenn Sie jetzt sagen, in dem Fall gehen Sie jetzt eher nicht davon aus, dass das etwas ist, was er nicht mehr aushalten konnte, dann geht man ja vielleicht eher davon aus, dass er mit geprahlt hat. Möglicherweise. Ein Geständnis ist es dann, wenn er das offiziell macht, wenn er das vor den Strafverfolgungsbehörden oder vor Gericht macht. Möglicherweise, wenn er das einem Freund in der Bar erzählt, dann ist das manchmal die Gewissheit, dass sie ihn sowieso nicht kriegen. Man muss dazu sagen, warum ist dieser Fall so schwer, der Fall Maddie McCann und auch der Fall Inger, ganz einfach. Nicht, weil der Täter besonders intelligent ist, sondern weil es zwischen Täter und Opfer keine vorherige Beziehung gibt. Die meisten Morde sind Beziehungstaten, das heißt, es gibt eine Beziehung zwischen Täter und Opfer und dann sind die Ermittlungen oft sehr schnell und auch sehr einfach. Wenn es diese Verbindung zwischen Täter und Opfer nicht gibt, dann wird die Ermittlung doch sehr schwer. Also fachlich ausgedrückt, ohne eine vordeliktische Täter-Opfer-Beziehung sind die Ermittlungen extrem schwierig. Und das hat nichts unbedingt mit dem Intellekt der Täter zu tun. Aber er ist mit dem Fall Maddie McCann lange Zeit davongekommen. Und überlegen Sie, 13 Jahre lang berichten die Medien von morgens bis abends und er ist der geniale Mastermind, der scheinbar mit dieser Tat davonkommt. Obwohl die ganze Welt nach ihm gefahndet hat, wurde er nicht gefasst. Dass daraus eine gewisse Arroganz oder Selbstsicherheit entsteht, die kriegen mich nie, halte ich für nicht unrealistisch. Man muss dann aber doch unterscheiden, ob er in einer Bar damit prallt oder ein offizielles Geständnis ablegt. Das eine ist stolz, das andere ist das Übernehmen von Verantwortung und das sind doch zwei sehr unterschiedliche Dinge. Sagt Marc T. Hoffmann. Vielen Dank, dass Sie Zeit für dieses Gespräch hatten. Vielen Dank.